Tour wäre auch mal wieder ziemlich geil, oder? Klar, wo würdest du denn? Weiß nicht, das Ausland? Das Ausland. Hast du Geld fürs Ausland? Da brauchst du schon ein paar bessere Aufnahmen. Er weiß, wie es gerade aussieht. Ich glaube, Converse hat sowas ausgeschrieben. Dann kannst du dich drauf bewerben mit deiner Band und wenn du genommen wirst, dann kannst du in einem unglaublich geilen Recording Studio irgendwo auf der Welt aufnehmen. Du musst halt ein Video drehen irgendwie. Video ist geil. Video ist auf jeden Fall ziemlich fresh. So, als Blut in Autos, Verfolgungsjahr. Pyrotechnik, Alter. Ja, und hast du Geld für Pyrotechnik? Ja, und hast du Geld für Pyrotechnik? Ja, und hast du Geld für eine Spiele verlieben? Ja, ich habe hier eine Spiele schizedekte. Urol.